Nein, hier drin ist es nicht. Habe ich es hier rein? Ja. Na, das ist aber das falsche Tagebuch. Seite aus Sarivox Notizen. Meine Nachforschung im Furst des Mons haben begonnen, ihre verdammten Früchte zu tragen. Blablabla. Die Markierungen, die hinterließen, sind die Nummern 3, 1 und 4. Ihr drückt auf die Maske, sie bewegt sich mit einem hörbaren Klicken. Also ich gehe mal davon aus, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Also ist das 3, 1 und 4. Ich habe den geheimen Raum entdeckt, dessen Inhalte nun mir gehören. Damit habe ich Sarivox Geheimnis abgeschlossen. Äh, nicht so gut. Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Ich werde träge und brauche Ruhe. An Army kann't marchen forever. You've got to rest. Okay. Der Typ ist stark. Ich werde träge und brauche Ruhe. Wie kann ich helfen? Wir müssen nachzudenken. Sie müssen selbst schlauern, nicht wahr? Eine Frau braucht Hilfe. Au. Magik nicht in einem schrecklichen Gehirn. Ich muss schlauern. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Also die Schattengestalt ist stark. Ich kann sie nicht anvisieren wegen diesem scheiß Nebel. Ich sollte wieder auf Fernkampf wechseln bei mir. Ich habe keine Hass mehr. Ich werde träge und brauche Ruhe. An Armie kann nicht mehr aufhören. Wir müssen nachzudenken. Warum geht es nicht mehr? Auch die Surfersdwellers müssen schlauern, nicht wahr? Ja, Ebele. Das ist ja. Oder ist das nicht mehr da? Ja? Wie kann helfen? Magik does not mess well in this time of mind. Ich muss nachzudenken. Ich muss nachzudenken. Ich muss nachzudenken. Oh, es ist tot. Gott sei Dank. Was ist da auf Minz gewirkt? Geschwächt, ah ja. Oh, klar, das hier noch. Oh. Ein Kurzschwert. Und ein Gottunheil. Kurzschwert wäre doch sicher was für mich. Bruchklinge. Wenn der Träger getroffen wird, gibt er seine 10% Chance, dass er drei Runden von drei Spiegelbildern umgeben ist. Chance pro Teil für alle Illusionszauber aufzulösen, zum Beispiel Spiegelbild oder verbesserte Unsichtbarkeit von denen, dass sie betroffen ist. Zur Zeit der Saugung verstärkte sich der Gott Musk, Herr der Schatten, in einer Klinge von furchtbarer Macht. Die Klinge, die Gottesunheil genannt wurde, war scharf genug, selbst ein göttliches Wesen zum Bluten zu bringen. Zirik las Gottesunheil auf, als er Baal, Fürst des Mordens, auf der sterblichen Ebene gegenüberstand. Musk lachte aus dem Stahl der Klinge, als Zirik Baal erschlug und seinen Körper in den Fluss unter ihnen warf. Das Wasser verdarb für alle Zeit, als der Leichnam des Fürst des Mordes unter die Oberfläche sank. Hm. Auch gut. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Yes? You want Bo? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Okay, Minsk ist gerade überladen. What? Ja? Weil er immer noch geschwächt ist. Nur zu fragen. Bin es jetzt immer noch geschwächt? Hm. 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 Okay, was ist noch schwer, was Binz erst mal abgeben könnte. Wo, wie ihr wünscht. Bis wir ihn mit einer Gläsung gehalten haben, auch wenn sein Geschwächt schon längst verschwunden ist. Aber ja, wir können jetzt hier wenigstens raus. Und zurück uns zum Hauptlager, dass wir den ganzen Schamotter mal werden verkaufen. Und dann können wir endlich in das Lager des Kreuzzugs rein. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. So, mit dem Geist hatten wir schon unser Vergnügen. Mit dem Drachen legen wir uns erst an, wenn ich meine richtige Gruppe zusammen habe, also Nera und Dorn wieder habe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bis zum nächsten Mal ab dan Erfolg. ść Sie Ich werde mich excessive verknifisch zerριТzen. Ich bleibe ab, Br к mir den gutther hunters. Ich muss aber nicht verknut sein, zur Kunde. Musik Sie Ồ So, die Ziele sind nicht erreichbar. Ich will in den Troll-Clown-Wald. Zwei Bergriesen haben einen jugendlichen grünen Drachen auf seiner Lichtung gestellt. Junger grüner Drache, jeder Mensch kommt und helft mir, das soll sich für euch lohnen. Dann seid ihr am Ende doch nicht wertlos, Mensch. Also gut, ich werde mein Wort halten. Vor einigen Tagen habe ich einen Zwerg beobachtet, der etwas in einem Steinhaufen im Nordwesten verborgen hat. Etwas Glänzendes. Ich wollte es für mich selber bergen, aber ihr habt mir in Zeiten der Not geholfen. Ja, es gehört euch. Nehmt es aber beeilt euch, bevor ich es mir anders überlege. Ich kann immer noch nicht mehr tragen. Also ja, hier. Und der Drache ist weg. Jemand hat sich große Grüne gemacht, etwas in diesem Steinhaufen zu verstecken. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, ist es unmöglich, dieses Versteck zu finden. Oh, ein Ionenstein. Geschicklichkeit und Initiative-Faktor. Hm. Was macht der nochmal? Nee, den kannst du ruhig behalten und wir geben dir den hier. Wobei, Heinz, mehr Geschicklichkeit, wahrscheinlich bei dir besser ist, bei dir die Heilung. Worum geht es dies, wie ihr wünscht? Was ich gerade halt auch so gesehen habe, als ich nach dem Rätsel geguckt habe, das ist einer von zwei Zufallsbegegnungen, die uns in diesem Akt begegnen können. Wie ihr wünscht. So, jetzt müssen wir hier unten hin. Einmal querfeldein reisen. Mal sehen, ob wir die zweite auch noch kriegen können. Hier sammeln sie immer mehr Leute. Nebenbei, die Person, für die ich die Szena... Ist die überhaupt hier? Ah ja, da ist sie. Ja, wie ihr wünscht. Welche Dienste bietet ihr an? Ja. Das brauchen wir. Hat das jetzt bei Minsk gewirkt? Ja, das hat zum Glück gewirkt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. I have many fine wares. Hier verkaufen wir erstmal nichts. Kompositlangbogen, Gegengift, Eispfeile, Morgenstern, Pflege, Explosionstrank, Verletzungspfeile, das kann alles weg. Ja, genau so, Langbogen, Kurzschwert, Robe, Langschild, das, 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 Betäubungspfeile, Plattenpanzer, kann auch alles weg. Das, was hier oben ist, heben wir mal auf. So, der Kleintand hier kann weg. So.